Zu Beginn geht's aber erstmal in eine neue Ära, dem Anthropozän, das die aktuelle Epoche, das Holozehn, ablöst, beziehungsweise ablösen könnte. Der Begriff selbst setzt sich aus den griechischen Wörtern Anthropos, Mensch und Kainos neu zusammen und bringt auf den Punkt, worum es in diesem neuen geologischen Zeitabschnitt geht. Die Ära der menschlichen Aktivität und ihren Einfluss auf das Erdklima und das Ökosystem, wie Johannes Gelich berichtet. Der niederländische Atmosphärenchemiker Paul-Josef Kruzen erforschte in den 1980er Jahren das Ozonloch und erhielt dafür 1995 mit den beiden Wissenschaftlern Mario Molina und Sherwood Rowland den Nobelpreis für Chemie. Der 2021 verstorbene Wissenschaftler engagierte sich jedoch auch gegen den massiven Anstieg der Treibhausgase und war zwischen 1987 und 1990 Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre. Ja, ich bin Paul Krützen, ich bin eminentiert Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Chemie und so können wir einfach nicht weitergehen. Wir müssen mit CO2 runter und wenn das nicht möglich ist, dann muss man wahrscheinlich zu drastischen Maßnahmen kommen. Um Status Quo zu erreichen, muss man 70% der Emissionen von CO2 rausholen. Aber was man stattdessen sieht, ist nicht, dass die Emissionen von CO2 in der Atmosphäre abnehmen, die nehmen nur weiter zu, mit etwa 3% pro Jahr. Und dann kam bei mir wirklich, ich war wütend, dass sowas möglich ist, dass wir wissen genau, was wir machen sollen und tun es einfach nicht und tun es noch immer nicht. Der Wissenschaftler Krutzen wurde neben seiner Forschung über das Ozonloch jedoch auch berühmt für sein Plädoyer für die Ausrufung eines neuen Zeitalters, des Zeitalters des Menschen mit dem Namen Anthropozän. Bei der Tagung des internationalen Geosphären-Biosphärenprogramms im mexikanischen Guaranavaca im Jahr 2000 soll Krutzen zum ersten Mal den Begriff des Anthropozäns vorgeschlagen haben. Mir hat er erzählt, dass er von einem Redner mehrfach den Begriff des Holozehns gehört hatte und sich dann gemeldet hatte zu einem Redebeitrag und hat gesagt, ich höre hier auch Holozehn, also die geologische Epoche der letzten rund 12.000 Jahre. Ich halte das für falsch. Michael Müller hat zahlreiche Bücher über Umweltschutz und Atomenergie geschrieben und erinnert sich an seine Zeit als Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre. Bei zahlreichen Begegnungen mit dem Atmosphärenchemiker Paul-Josef Krutzen sprach er mit dem Wissenschaftler auch über die sogenannte Geburtsstunde des Anthropozäns. Bei der Tagung des internationalen Geosphären- und Biosphärenprogramms im mexikanischen Guaranavaca unterbrach Krutzen einen Redner, der immer wieder vom Holozehn gesprochen hatte. Ich würde den Begriff anders nennen. Ich sage Stop it, also er meinte da mit Holozehn und dann hat er so rumgesucht und hat gesagt, vielleicht Anthropozän, also etwas, auf jeden Fall was mit dem Menschen zu tun hat. Die Historikerin Anna Echterhölter ist Sprecherin des Forschungsschwerpunktes Wissenschaftsgeschichte an der Universität Wien und hat sich in ihren Forschungen intensiv mit dem Begriff des Anthropozäns beschäftigt. Die Wissenschaftlerin erblickt das Neuartige an dem inoffiziellen Epochenbegriff, vor allem in seiner Zukunftsgewandtheit und Berücksichtigung künftiger Generationen. Die Generationengerechtigkeit, also diese Frage, haben wir das Recht, so viel weiter Ressourcen zu verbrauchen, im Zusammenhang mit diesem Wissen über die abnehmenden Möglichkeiten der kommenden Generationen. Also da ist so ein ganz starker Appell darin, wenn man in längeren Kategorien anfängt zu denken. Also die Anthropozän-Kategorie, die ja von den Geologen, die ja gewohnt sind, mit Millionenjahren zu rechnen, also die aber immerhin sozusagen uns als Historiker trainiert, in wesentlich längeren Zeiträumen zu denken, als das normalerweise bei uns der Fall ist, hat natürlich einen, würde ich sagen, viel, viel stärkeren Zukunftsaspekt als sonst fast alle anderen Epochen. Also das ist so eine, die etwas vorhersagt, eine düstere Zukunft malt, die gewissermaßen eine Bedrohung für die gesamte Menschheit in der Zukunft aufruft als Bild. Und das wäre gewissermaßen, was ich meinte, sozusagen die Gegenwart wird durch diesen Begriff alarmiert und darauf hingewiesen, wie es werden könnte. Für die Wissenschaft spielt tatsächlich der Begriff gar keine große Rolle. Das ist ja das Interessante. Ob jetzt diese Kommission nun eine neue geologische Epoche definiert oder nicht, ist letztendlich irrelevant. Hans-Joachim Schellenhuber, deutscher Klimaforscher und Experte für Klimafolgenforschung und Erdsystemanalyse. Was wir gelernt haben in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in den letzten Jahrzehnten, ist einfach das, was der ganzen Anthropozän-Definition zugrunde liegt, dass der Mensch zu einer geologischen Macht auf Erden geworden ist. Dass wir die Lebensbedingungen nicht nur der Menschen, sondern aller Lebewesen auf Erden, in den Meeren, in der Luft, auf dem Boden, plastisch verändern, ja sogar zerstören können. Das ist der Inbegriff des Anthropozän. Und der Begriff ist eher von Sozialwissenschaftlern, von Medien, von Kulturschaffenden aufgegriffen worden. Für uns als zum Beispiel Klimawissenschaftler oder Meereswissenschaftler hat er keine große operative Bedeutung. Wie wohl die mögliche Ausrufung eines neuen geologischen Zeitalters keinen großen Einfluss auf die Forschungsschwerpunkte der einzelnen naturwissenschaftlichen Teildisziplinen ausüben würde, hat die Diskussion um das Anthropozän in den letzten Jahren enormen Aufschwung erfahren. Eine der Grundsatzfragen betrifft dabei die Diskussion darüber, wann das Anthropozän begonnen haben könnte, wie Michael Müller erläutert. Also Kultzen selbst hat ja 1786, also das Wattje Parallelogramm, die Verbesserung der Dampfmaschine als Ausgangspunkt beschrieben. Er hat aber auch in anderen Artikeln und Beiträgen, auch in persönlichen Gesprächen, immer deutlich gemacht, dass die eigentliche Beschleunigung, also die eigentliche Vervielfältigung des ökologischen Problems verbunden ist mit der Globalisierung der ökologischen Herausforderungen. Und auch für ihn standen die 50er Jahre, also mit der massenhaften Freisetzung von Plastik, von dem Einsatz von Beton, der enormen Zunahme von Schwermetallen und so weiter und vor allem auch mit Radioaktivität. Das war ja damals ein ganz zentrales Problem. Die Great Acceleration, also die 50er Jahre, als den wahrscheinlichen Motor für diesen Begriff. Gerade anhand der Frage, wann der Beginn des vermeintlichen Menschenzeitalters festzusetzen wäre, zeigt sich auch, wie umstritten der Begriff Anthropozän ist. Der US-amerikanische Umwelthistoriker Jason W. Moore setzt den massiven Einfluss des Menschen auf seine Umwelt wesentlich früher an und kritisiert das Ausblenden historischer Zusammenhänge in der Diskussion um das Anthropozän. Die Perspektive des Anthropozäns auf die Klimakrise bringt eine Ausblendung der langen historischen Prozesse von Macht und Profit mit sich. Alle wichtigen Entwicklungsschritte der britischen industriellen Revolution hatten ihren Ursprung in der Revolution der Plantagenwirtschaft früherer Jahrhunderte. Es waren die Profite des Sklavenhandels und der westindischen Zuckerplantagen, die Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts den enormen Anstieg der Textilindustrialisierung in England mitfinanzierten. Diese Industrialisierung hätte ohne die schier unbegrenzten Mengen billiger Baumwolle aus den Sklavenplantagen des amerikanischen Südens nicht stattgefunden. Es ist sehr wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die Geschichte der industriellen Revolution keine Geschichte der Dampfmaschine oder der Kohle ist, die erst viel später in der Mitte des 19. Jahrhunderts entscheidend werden sollten. Der Umwelthistoriker und Buchautor Jason W. Moore ist einer der schärfsten Kritiker des Anthropozäns. Er setzt der Terminologie des Anthropozäns das Konzept des Kapitalozäns entgegen. Das Kapitalozän-Argument besagt, dass mit der Eroberung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 eine Reihe von Ereignissen und eine Transformation der sozialen Beziehungen des Lebens begannen. Der Kapitalismus war, unserer Meinung nach, von Anfang an kein Wirtschaftssystem. Er war kein soziales System. Es war eine Möglichkeit, die Beziehungen zwischen Menschen und der Natur zu organisieren. Es war eine Art und Weise, die Natur zu organisieren, die eine Reihe sozialer Beziehungen und eine Reihe wirtschaftlicher Beziehungen beinhaltete. Daraus entstand Rassismus. Daraus entstand eine Vorstellung von Europa, die es vor 1492 nicht gab. Erst mit dem Aufstieg des Kapitalismus als dieses pathologisches System, das ich eine Weltökologie der Macht, des Profits und des Lebens nenne, können wir die spektakulären Formen der geokulturellen Herrschaft erkennen, einschließlich Rassismus, Sexismus und Nationalismen, die uns immer noch schmerzlich begleiten. Die Terminologie des Anthropozäns zog seitens der Sozialwissenschaft bald auch die Kritik nach sich, dass es eben nicht alle Menschen, beziehungsweise die Menschheit an sich gewesen sei, die den Planeten Erde in die drohende Klimakatastrophe geführt habe. Die Wissenschaftshistorikerin Anna Echterhölter hat sich mit dieser Fragestellung beschäftigt. Da gibt es ja auch Kritiken, die sagen, gerade wenn wir das Anthropozän besprechen, dann besprechen wir eigentlich etwas Falsches. Es geht nicht um die Spezies. Es geht um bestimmte Verhaltensweisen bestimmter Elemente dieser Spezies. Das ist natürlich auch ein Problem an dem Begriff. Auch, dass er den Menschen scheinbar ins Zentrum setzt, obwohl er ja eigentlich auch sagt, wir sind vollkommen entmachtete Gefangene, unsere großen technischen Systeme, die laufen und laufen und scheinbar unaufhaltsam in den Abgrund laufen. Aber auch das ist natürlich eigentlich eine verrückte Aussage, denn nach wie vor glaube ich, dass es nicht so viel bräuchte, um das auf andere Gleise zu setzen alles. Es ist von größter Bedeutung deutlich zu machen, dass diese Entwicklungen Ungerechtigkeitsasymmetrien zur Grundlage haben. Das heißt, dass die Akteure in der Regel sogar diejenigen sind, die am wenigsten betroffen sind. Bernd Scherer, ehemaliger Leiter des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin, ist Autor des Buches Der Angriff der Zeichen, Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns. In seinem 2022 erschienenen Buch beschreibt der Kulturphilosoph die Gefahr der indifferenzierten Verallgemeinerung, die in der Begrifflichkeit des Anthropozäns stecken würde. Es gibt diese Ungerechtigkeiten, die historischer Art sind, die aber auch noch aktuell teilweise auch noch funktionieren, weil wir sozusagen unsere Rohstoffe oft aus dem Süden unter ganz prekären Bedingungen dort abbauen lassen und dann hier im Norden nutzen. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass diese historische Dimension nicht nur eine historische ist, weil natürlich der Klimawandel durch diese Produktion im Westen vorangetrieben worden ist. Das heißt, da sind CO2-Partikel in der Luft, die auch gar nicht so schnell abbaubar sind, die alle noch vom Westen erzeugt worden sind. Das heißt, die Zuspitzung der Klimaproblematik erfolgt auf der Grundlage dessen, was wir im Westen sozusagen erzeugt haben bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, wo dann, sage ich mal, mehr und mehr andere Länder dazukamen. Zur Veranschaulichung der großen länderspezifischen Unterschiede an CO2-Emissionen ist ein Blick auf den sogenannten World Overshoot Day hilfreich. Bei der Statistik des Welterschöpfungstages wird der Ressourcenverbrauch einzelner Länder auf einen hypothetischen weltweiten Verbrauch hochgerechnet. Hätten demnach alle Länder der Welt denselben Ressourcenverbrauch wie Katar, wäre der World Overshoot Day und damit der nachhaltige Verbrauch von Ressourcen bereits am 9. Februar erreicht. Mit einem weltweiten Ressourcenverbrauch der USA wären am 15. März die verfügbaren erneuerbaren Rohstoffe verbraucht. In einem globalen Deutschland würde das Limit am 2. Mai erreicht werden. Nur der Ressourcenverbrauch einiger armer Länder wie Burundi, Eritrea oder Haiti steht im Einklang mit der Regenerationsfähigkeit des Planeten. Der Welterschöpfungstag, das ist ein Beispiel dafür, dass das, was die letzten 200 Jahre die Menschheit geprägt hat, nämlich der Glaube an ein schneller, höher, weiter, nicht mehr funktionieren kann. Im Gegenteil, zur Selbstzerstörung führt. Michael Müller war von 2005 bis 2009 parlamentarischer Staatssekretär im Deutschen Umweltministerium und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Fragen der Atomkraft oder der Treibhausgasreduktion. Der Buchautor erblickt in der jahrhundertelangen Tradition der westlichen Fortschrittserzählung den Ursprung eines die Natur unterdrückenden Machtverhältnisses. Das ist sozusagen die Idee der Linearität, weil die Moderne glaubte, sie könnte jedes von sich erzeugte Problem wieder lösen. Und wenn man alle wesentlichen Vordenker der Moderne nimmt, dann haben die nie begriffen, dass die Natur gleichrangig zu sehen ist. Wenn ich beispielsweise John Locke sehe, der ja auch die wesentlichen Gründungsideen für die amerikanische Verfassung geschrieben hat, der hat beispielsweise die Natur als etwas gesehen. Wenn man sie besitzt, dann ist das ein Zeichen einer Auserwähltheit. Oder auch Adam Smith hat zwar eine ganze Reihe Sachen zur Natur gesagt, aber letztlich hat er die Natur entscheidend nur als Produktionsfaktor gesehen. Oder Descartes hat nie die Endlichkeit der Natur überhaupt noch ansatzweise begriffen. Oder Bacon, da ist es vielleicht am klarsten, der spricht Wissen ist Macht und sagt dahinter, deshalb müssen wir die Natur auf die Folterbank der Experimente legen. Der Gewissheit des westlichen Fortschrittsmodells, mit der Zunahme an Wissen könnten alle menschlichen Probleme gelöst werden, lag die Vorstellung einer linear plan- und kontrollierbaren Entwicklung zugrunde. Der Vorstellung einer berechenbaren Entwicklung der Erdgeschichte steht in Zeiten der anthropogenen Klimakatastrophe eine Realität des nicht linear, sondern exponentiell wachsenden Ressourcenverbrauchs und Temperaturanstiegs gegenüber. Damit geht eine unkontrollierbare Destabilisierung des Erdsystems einher, wie der Kulturphilosoph Bernd Scherer analysiert. Was die Erdsystemwissenschaftler feststellen konnten, ist, dass ab Mitte des 20. Jahrhunderts alle diese Entwicklungen sozusagen exponentiell wachsen und dass das zur Destabilisierung des Erdsystems führt. Das heißt, die zentrale Aussage des Anthropozäns aus Erdsystemwissenschaftlicher Sicht ist, dass menschliches Tun im 20. Jahrhundert und bis heute dazu führt, dass das Erdsystem selbst aus der Balance gerät. Der Verlust einer berechenbaren linearen Entwicklung bringt in den Augen des Zeichentheoretikers Bernd Scherer auch den Verlust der traditionellen linearen Zeiterfahrung und eine Überforderung unseres Wissens mit sich. Das ist ein zentraler Aspekt eigentlich auch der anthropozänen Welt, dass unsere traditionellen Vorstellungen von Zeitentwicklungen ja implodieren, wenn man so will, weil alleine schon die Tatsache, dass wir auf der einen Seite in die Tiefenzeit des Planeten gehen, also in Millionen von Jahren planetarischer Geschichte, in denen wir diese fossilen Energien nutzen, die andererseits aber in unserem aktuellen Leben eine totale Beschleunigung erzeugen, sodass wir aufgrund der digitalen Welt in Jetztzeit um den Planeten kommunizieren können. Und diese permanente sozusagen online zu sein und sich Zukunftsfragen mit Vergangenheitsfragen zu verknüpfen, das führt zu dieser totalen Überforderung. Gerade auch Politiker und Politikerinnen seien heute laut Bernd Scherer durch die langfristigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen überfordert. Wenn Politiker zum Beispiel auch entscheiden müssen, jetzt in relativ kürzester Zeit, wollen wir Nuklearenergie oder wollen wir nicht Nuklearenergie? Wobei wir wissen, dass Nuklearenergie nukleare Abfälle erzeugt, die Risiko über Hunderttausende von Jahren erzeugen. Dann sieht man, wie sich aufgrund dieser anthropozählen Entwicklung eine totale Überforderung unserer Wissens, aber auch Entscheidungssysteme entstehen, weil wir in immer schnellerer Zeit Entscheidungen treffen müssen, die immer längerfristige Konsequenzen haben. Auch wenn das Anthropozän im August 2024 beim Internationalen Geologenkongress in Korea offiziell als neues Erdzeitalter ausgerufen werden sollte, wird die Diskussion um dessen Namensgebung nicht verstummen. Der US-amerikanische Umwelthistoriker Jason Moore will in der Terminologie des Anthropozäns eine antidemokratische Tendenz erkannt haben, die die wahren Verursacher der Klimakatastrophe verschweigt. Das Anthropozän als kulturelles Phänomen ist zutiefst antidemokratisch. Das Anthropozän ist definitiv so konzipiert, uns daran zu hindern, dem System einen Namen zu geben. Wenn Umweltschützer eine Art Endzeit-Apokalyptik beschwören, ein Denkgenre, das ich Klimapornografie nenne, dann müssen wir verstehen, dass es ideologisch dazu gedacht ist, uns in Passivität zu halten. Und um sicherzustellen, dass wir uns keinen Feind und kein System vorstellen, das für die Klimakrise verantwortlich ist. So akzeptieren wir das neoliberale Mantra vom Ende der Geschichte und dass es keine Alternative gibt. Daran ist das Anthropozän mitschuldig. Für den Umwelthistoriker und Buchautor Jason Moore ist das Menschenzeitalter Anthropozän nicht die Lösung, sondern Teil des Problems. In den Augen des Wissenschaftlers müsse in der Zukunft verstärkt der Fokus auf die grundlegende Demokratisierung sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen gelegt werden. Unser Konzept des Kapitalozehns lautet, wir benennen das System, wir identifizieren die Ursache des Problems. Und anhand dieser Diagnose können wir die Struktur der zugrunde liegenden Beziehungen erkennen, die transformiert werden müssen. Das Problem sind nicht die CO2-Emissionen, die Kraftwerke. Das Problem sind die Beziehungen, die eine Pipeline oder ein Kraftwerk erzeugen. Wie können wir jene Finanzbeziehungen grundlegend demokratisieren, die Pipelines erst erschaffen? Und wie können wir stattdessen alternative Stromnetze, alternative Formen demokratischer, grüner Energie schaffen? Für den Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber stellt sich nicht die Frage, inwieweit bei der Bekämpfung der Klimakrise das System an sich reformiert werden müsste. In den Augen des Klimaexperten fehlt schlichtweg die Zeit, eine Gesellschaftsreform zu beginnen, solange nicht die drängenden Fragen der Klimakatastrophe gelöst seien. Jetzt schnell mal die Weltökonomie auf Gerechte und Fähre und wie auch immer Füße zu stellen, gut und schön. Aber wir sind auf der Titanic und der Eisberg ist ganz nah. Auf der Titanic hätte man auch besser die Maschinen rechtzeitig gestoppt. Und mir kommt das ein bisschen zuvor, diese Debatte, dass man eigentlich weiß, die Kollision steht unmittelbar bevor, aber wir diskutieren jetzt eher, sollen wir sozusagen an Bord erstmal gesellschaftliche Reformen durchführen, statt die Kollision zu verhindern. Ich würde sagen, first things first. Lasst uns erstmal diesen zivilisationsbedrohenden Zusammenstoß verhindern. Und dann lasst uns über die bestmögliche Gesellschaftsform diskutieren. Johannes Gelich hat diesen Beitrag über das Anthropozän gestaltet. Gesprochen hat Alexander Rossi. Morgen Dienstag geht's unter anderem zum Wiener Karlsplatz. Einem der Orte, an dem sich der menschliche Einfluss auf die Natur durch die Jahrhunderte am besten belegen lässt. Zu Beginn widmet sich Johannes Gelich wieder dem Anthropozän. Die Epoche, die die tiefgreifenden Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Erde beschreibt. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der Crawford Lake bei Toronto. Ausgewählt als zentraler Referenzpunkt zur Erforschung menschlicher Einflüsse auf die Natur. Seine einzigartigen Wasserschichten, die sich nicht vermischen, erlauben es, Sedimente zu analysieren, die über Jahrhunderte menschliche Aktivitäten aufzeichnen. Von der Besiedelung durch indigene Völker bis hin zu den Spuren von Atombombentests. Wir stehen da vor dem neuen Eingang des Wien-Museums und sind eigentlich auf der Ausgrabung, die durch die Stadtarchäologie hier gemacht wurde. Michael Wagreich, Geologe und Mitglied der International Anthropocene Working Group. Das heißt, unter uns, unter dem Beton, auf dem wir da stehen, war die Ausgrabung, die wir untersucht haben, gemeinsam mit der Archäologie, wo uns eben vor allem diese jüngsten Schichten interessiert haben. Die Parkschicht, man sieht da den Resselpark und die Karlskirche hinter uns und diese Parkschicht, von der wir angenommen haben, dass sie in den 1950er Jahren vor der Eröffnung des damaligen neuen Wien-Museums 1959 hier hergebracht wurde. Und in dieser Schicht, in dieser obersten Schicht, die so humusreiche Erde für diesen Park war, dort haben wir dieses Plutonium drinnen gefunden, gemessen. Der Wiener Karlsplatz ist für Geologen und Forscher über das Anthropozän ein gutes Pflaster. Nachdem die International Anthropocene Working Group 2009 gegründet worden war, ging es zunächst um die Frage, wann und wo man den Ausgangspunkt des noch auszurufenden Menschenzeitalters festsetzen könnte. Dabei stand auch der Karlsplatz zur Diskussion. Man hatte bei Bauarbeiten in den geologischen Schichten aus den 1950er Jahren sogenannte radioaktive Nuklide gefunden, die bei atmosphärischen Atombombentests nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit frei geworden waren. Für den Menschen sind derartige Radionuklide aufgrund ihrer geringen Konzentration heute nicht mehr gesundheitsschädlich. Der Platz im Herzen von Wien wurde schließlich nicht als Golden Spike für das Anthropozän herangezogen, da die einzelnen geologischen Schichten, die hier im Laufe der Jahrhunderte entstanden und durch menschliche Tätigkeit aufgehäuft wurden, im Schnitt nur alle zehn Jahre erneuert wurden. Für eine exakte Analyse ist jedoch eine jährliche Ablagerung vonnöten, in der jedes einzelne Jahr wie bei einem durchgeschnittenen Baumstamm erkennbar sein sollte. Eine solche exakte geologische Zeitauflösung liefert jedoch der Crawford Lake in der kanadischen Provinz Ontario. Der Crawford Lake, der letztlich als Golden Spike ausgesucht wurde, hat den Vorteil, dass jedes Jahr eine Schicht abgelagert wurde und dieser See keinen lokalen Zufluss hat, sondern der einzig und allein über die Atmosphäre gespeist wird. Und damit wird letztlich nur die globale Verunreinigung des Menschen hier abgebildet in diesem See. Der Nachteil von dem See ist, dass er die Schichten sind nur halber Millimeter, ein Millimeter dick. Das heißt, das gesamte Anthropozän dort ist, glaube ich, 18 Zentimeter oder so irgendwie. Und damit haben wir zumindest am Chaosplatz mehr an Sedimentablagerungen aus dieser Zeit. Auch die Gewässerforscherin Helene Weigelhofer ist mit anthropogenen Einflüssen in den Gewässern konfrontiert. Gerade in den Sedimenten würden sich bisweilen vom Menschen verursachte Schadstoffe finden, die bei normalen Messungen des Wassers oft gar nicht feststellbar seien. Ich kriege dann immer wieder auch manchmal von Leuten E-Mails oder manchmal so im Gespräch. Ja, ich war da immer baden, aber dann bin ich einmal hinein und ich habe eigentlich nichts gesehen, aber ich habe da einen totalen Ausschlag gehabt. Das kann sein, da sind irgendwelche Altlasten, was auch immer da in dem Sediment drinnen ist. Wenn ich als Badender das aufwühle, wird es in die Wassersäule rückgelöst. Das heißt, all das, was wir haben, ich arbeite mit anderen Kollegen zusammen, Antibiotika, Fungizide, Pestizide, also was in unseren Gewässern drinnen ist und vor allem in den Sedimenten ist teilweise schon sehr schlimm und in der Wassersäule merkt man es nicht, weil es so geringe Konzentrationen sind, dass die noch nicht relevant sind, aber im Sediment akkumuliert das einfach, häuft sich es an und wenn dann der Hochwasser ist oder in Badeaktivität, wird es freigesetzt. Auf der anderen Seite war die Stickstoffproduktion so groß, dass der künstliche Stickstoff, der dann in die Böden floss, dass er zur Kontamination großer Bereiche der Erde, aber auch zum Beispiel der Ozeane führte. Bernd Scherer, Autor des Buches Der Angriff der Zeichen, Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns. Der Kulturphilosoph hat sich mit dem menschlichen Eintrag künstlicher Düngemittel in Form von Stickstoff beschäftigt. Man spricht da von Todeszonen in den Ozeanen und was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass der Mensch mehr Stickstoff produziert heute als alle Bakterien im Wasser und auf dem Lande zusammen. Und da versteht man auch einen zentralen Aspekt des Anthropozäns. Die Menschen intervenieren in diesem Fall in den Stickstoff Kreislauf in einer Dimension, die nie vorher gekannt worden ist. Die Grundlage ist eine technologische Entwicklung. das Haber-Bosch-Verfahren. Und dadurch wird der Mensch sozusagen zu einem Naturgestalter in einer Art und Weise, die den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Auch die Gewässerforscherin Helene Weigelhofer, die am Wassercluster Luntz in Niederösterreich Lehrveranstaltungen zum Thema Anthropozän leitet, sieht in dem durch Überdüngung ausgelösten erhöhten Nährstoffeintrag in die Gewässer ein großes Problem. Die größte Herausforderung ist, dass es jetzt eine Mehrfachbelastung gibt für Flussgewässer. Zum Ersten haben wir mal den Nährstoffeintrag, also gerade in der Landwirtschaft. Wir haben zwar in Österreich sehr gute Kläranlagen, aber natürlich die Fußeinträge aus Siedlungen, aus landwirtschaftlichen Bereichen, die können wir nicht reinigen, die gelangen in die Fließgewässer. Dann haben wir zusätzlich zudem jetzt diese Gewässerregulierung. Das heißt, die Gewässer werden begradigt, reguliert. dadurch werden sie tiefer und schmäler. Dadurch ist praktisch weniger Oberfläche, also Sedimentoberfläche im Gegensatz zu Volumen. Und das ist aber ganz entscheidend für diese Selbstreinigungskraft von Gewässern. Wenn die Nährstoffe, die im Gewässer sind und die Schmutzstoffe viel in Kontakt mit dem Sediment kommen, dann können sie von den Mikroorganismen, die dort sitzen, auch gut aufgearbeitet werden. Wenn das nicht passiert, dann gehen sie sozusagen den Bach hinunter in größere Gewässer, wo sie dann akkumulieren. Wien, Nationalpark Donauauen. Die Geologen Michael Weißel und Diana Hatzenbühler forschen an den Ufern der Donau im Nationalpark Donauauen. Auch für die beiden Wissenschaftler ist die Flussregulierung der Donau ein wichtiges Thema. Wir fahren ungefähr zehn Kilometer entlang des Hochwasserschutztdammes in den Nationalpark hinein. Also jetzt fahren wir mal ins Gelände des Ölhafens, der sozusagen eine Lücke im Nationalpark bildet. Der Geologe Michael Weißel ist neben Michael Wagreich federführend verantwortlich für das Projekt von den Römern zum Anthropozän, von Kanuntum nach Wien, ein urbanes Anthropozän-Feldlabor. Das Projekt der Universität Wien wird vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds mitfinanziert. Neben der Erforschung der historischen Römer-Siedlungen rund um Kanuntum und Windobona gilt das derzeitige Forschungsinteresse der Wissenschaftler der Donau und ihren Flussauen. Der Geologe Michael Weißel erklärt, warum die Flussregulierung und die Kraftwerksbauten an der Donau auch große Auswirkungen auf die mangelnde Sedimentbildung und die daraus folgende Eintiefung des Flusses haben. Wesentlich ist eben, dass das ein großes Problem ist eben, dass die Kraftwerke an der Donau aber auch an den ganzen Zubringen praktisch kein grobes Sediment mehr aus den Gebirgen nachgeliefert wird. Das heißt, dem Fluss fehlt hier an der oberen Donau fehlt das Sediment. Das heißt, das Sediment wird nur abtransportiert, aber es wird keines mehr natürlich zugeführt. Das führt zur Eintiefung, das führt zu Auskalkungen in der Flusssohle und das kann zu einem Problem werden für das Grundwasser, für die Schifffahrt und deswegen muss man das jetzt künstlich zuführen, das fehlende Sediment. Letztlich landet das Sediment im nächsten großen Sedimentationsraum und das ist dann das Pannonische Becken. Das ist das Sediment, das uns hier oberhalb von Heimburg dann fehlt. Der Geologe Michael Weißel macht vor allem die ab dem Zweiten Weltkrieg gebauten Wasserkraftwerke an der Donau für den Rückgang der Sedimentation verantwortlich. Die Kraftwerksbauten, die im Prinzip in den 60er Jahren, ab den 60er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nimmt man das dann in Angriff, dass man Kraftwerke baut an der Donau. Das geht dann bis zum Kraftwerk Freudenau, das ist das Letzte. Die Staustufe in Heimburg wurde nie errichtet und damit ist die ganze obere Donau durch Staustufen blockiert, also das Sedimenttransport wird blockiert und das Sediment, das vorhanden ist, wird immer nur abtransportiert und landet sozusagen im Bereich der nächsten Staustufe. Dort kann man das dann wieder rausbaggern, man muss es rausbaggern, sonst wird die Schifffurtsrinne blockiert. Die anthropogenen Eingriffe in die Donau und ihre Flussauen sind auch für die Wissenschaftler Michael Weißel und Anna Hatzenbühler permanente Wegbegleiter. Die Geologen graben sich wie Archäologen auf der Suche nach Goldmünzen durch das Sediment. In diesem Fall jedoch nicht auf der Suche nach Gold, sondern nach Plastik. Gerade bei Hochwasserereignissen, die an der Donau fast jährlich stattfinden, transportiert das Gewässer des Flusses auch zahlreiche Plastikabfälle über Tausende Kilometer weiter. Auch noch Jahre nach einem Hochwasser können Reste von Plastikverpackungen Rückschlüsse über Datierungen von Hochwassern liefern. Eine Möglichkeit jüngere Hochwasserereignisse zu datieren ist mit Hilfe von Plastikfragmenten, die in diesen Sedimenten drinstecken. Manchmal hat man Glück und findet so einen Hinweis auf das Herstellungsdatum des Plastikobjekts in dem Fall hier sicher zu einem jüngeren Hochhausereignis gehörig haben wir ein Stück von einer Wurstverpackung. Wir haben aber auch Stellen am Turnhaufen. Da haben wir das Plastik aus den 80er Jahren, also Joghurtbächer der 80er Jahre. Im Prinzip haben wir hier Funde wie man es normalerweise nur aus der Archäologie kennt, in Form von Münzen. Auch wenn das Plastik in diesem Fall durchaus wertvolle Aufschlüsse über die Bewegung des Flusses liefern kann, stellt Plastik in Gewässern und Meeren ein immer größeres Problem dar. Kaum ein anthropogener Stoff wird Wasser so langsam abgebaut wie Plastik. Die deutsche Geologin Diana Hatzenbühler, die im Rahmen des Projektes des Urban Anthropocene Field Labs ihre Doktorarbeit schreibt, erzählt anhand eines Beispiels in Spanien, wie verheerend die Auswirkungen von Plastikmüll für die Natur sein können. Da war aktuell vor Weihnachten der Fall, dass bei Spanien ein Container von einem Schiff runtergefallen sind und die haben den Rohstoff für die Plastikverarbeitung in Form von kleinen Plastikkügelchen gelagert gehabt, ist jetzt ins Meer gekommen und wird an den Ständen in Spanien und teilweise auch in Frankreich mit angespült und bildet da quasi das neue oder einen Teil des Sedimentes und das ist komplett anthropogen hergestellt und hat seinen Ursprung eigentlich durch den Menschen und da ist die Frage wie soll damit umgegangen werden vor allem weil das ganze Ökosystem jetzt auch mit in Gefahr sind die Kügelchen haben die Größe von Fischeiern Tiere denken das wären Fischeier fressen diese oder auch andere Fische und dann kommt das in unseren Kreislauf mit rein und wird am Ende natürlich auch wieder bei uns den Menschen landen das heißt ob jetzt auf dem Teller ist natürlich so sehr dramatisch gedacht aber es hängt halt auch wieder alles einfach zusammen so dass ein kleiner Fehler und der wird sich fortpflanzen und immer schlimmer werden mittlerweile haben die beiden Geologen ihren sogenannten Aufschluss am Donauufer gefunden an dem sie bereits vor dem Hochwasser um wir sind jetzt an der Stelle an der wir unser Erdprofil gemacht haben ein Erosionshang ungefähr vier Meter hoch und das letzte Hochwasser hat aber unser Profil abgetragen und den Erosionshang ungefähr nach zwei Meter zwei bis drei Meter zurück versetzt das heißt im Prinzip ist nichts mehr von unserem Profil vorhanden wie wohl das Hochwasser vom letzten Dezember aufgrund der heftigen Schneefälle in Deutschland und der abrupt folgenden Schneeschmelze ungewöhnlich für die Jahreszeit war ist Hochwasser an der Donau kein primäres Indiz für den negativen Einfluss des Menschen auf den Fluss und seine Aulandschaften nach welchen anthropogenen Signalen suchen die Forscher also der globale Einfluss des Menschen auf die Natur zeigt sich wohl kaum deutlicher als durch die sogenannten Radionuklide in den Gesteinsschichten derartige radioaktive Radionuklide wie Plutonium oder Uran wurden bei den atmosphärischen Atomwaffentests ab dem Zweiten Weltkrieg freigesetzt und lagerten sich überall auf der Welt ab die Geologin Diana Hatzenbühler erklärt warum sie auch in den Sedimenten an der Donau derartige Radionuklide vermutet Wir haben 1952 um den Dreh rum oder sagen wir mal 1950er Jahre da wurden die ersten atomaren Waffentests gemacht und zwar in der Atmosphäre das ist nämlich ein wichtiger Punkt in der Atmosphäre gibt es dann diese radioaktiven Nuklide die bei den Tests entstanden sind und die verteilen sich durch die Atmosphäre und innerhalb von einem halben Jahr oder innerhalb eines Jahres ist es so gewesen dass es sich eigentlich in der ganzen Atmosphäre verteilt und jetzt ist es so diese Teilchen lagern sich auch langsam ab an der Oberfläche und das ist auch der Fall den wir erwarten dass wir dann Flut Ablagerung hatten sagen wir wir hatten 1954 ein Flutereignis und haben Sand abgelagert und dann ist dieser Bereich relativ ruhig und diese Teilchen können sich an diesen Flutsedimenten ablagern die auch oft recht feinkörnig sind und gerade diese feinkörnigen Sachen die nehmen das eher auf diese Radionuklide während die Geologen Diana Hatzenbühler und Michael Weißel an den Ufern der Donau noch darauf hoffen radioaktive Radionuklide nachweisen zu können ist Michael Wagreich am Wiener Karlsplatz bereits fündig geworden das was wir als geologischen Marker als Signal für das Anthropozän nehmen sind global verteilte Partikel global verteilte Elemente durch den Menschen in den Kreislauf des Systemes Erde gebrachte Elemente Isotope und da ist das Plutonium sehr gut als Marker für einen Zeitraum ab 1950 oder 1945 bis 1964 hat es diese atmosphärischen Atombombentests gegeben und dieses Plutonium und andere Radionuklide die nur durch den Menschen in das Erdsystem gebracht werden das haben wir eben am Karlsplatz gefunden allerdings eben in jüngeren Schichten Die Wege der minimal nachweisbaren radioaktiven Teilchen sind dabei oft verschlungen Die Atome tauchen in historischen Schichten auf in denen sie auf den ersten Blick nicht unbedingt erwartet wurden Das ist eine komplizierte Geschichte dass wir in diesem 1945er Weltkriegsschutt der ganz eindeutig dem Zweiten Weltkrieg zuzuordnen ist mit diversen Nazi-Symbolen und sonstigen Wehrmachtshelmen und ähnlichen dass sich in dieser Schicht am obersten Bereich schon eine geringe Menge an Plutonium angesammelt hat Wir wissen Wir wissen nicht genau was das heißt Ist das jetzt ein früher Fallout von den ersten Atombombentests oder was wir eher vermuten ist dass das durch Regen verschwemmt wurde aus den überlagernden Schichten und daher in diesen obersten Bereich von diesem Kriegsschutt hier hineingekommen ist Gerade anhand der Ablagerungen durch die atmosphärischen Atomwaffentests die um 1963 ihren traurigen Höhepunkt erreichten wird der menschliche Einfluss als geologische Kraft sichtbar Und das nicht nur auf lokaler sondern globaler Ebene Das Beispiel der global verteilten Radionuklide liefert gerade Geologen ein Argument die Ausrufung des Anthropozäns aus geologischer Perspektive zu befürworten Noch ist nicht sicher dass das Anthropozän im August beim diesjährigen Internationalen Geologenkongress in Korea als neues Zeitalter ausgerufen wird Die naturwissenschaftlichen Forschungen und gesellschaftlichen Debatten sind aber bereits so weit fortgeschritten dass man um den Begriff nicht mehr herumzukommen scheint Die Gewässerforscherin Helene Weigelhofer gehört zu jenen Wissenschaftlerinnen die den Begriff als Ausgangspunkt nehmen um Schüler über die anthropogenen Einflüsse des Menschen zu unterrichten Das Anthropozän Lernen und Lehren lautet der Titel der Veranstaltungsreihe den der Wassercluster Lunds in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich entworfen hat Die Gewässerforscherin Helene Weigelhofer erzählt in diesem Zusammenhang davon wie wichtig für die Schüler und Schülerinnen der Anschauungsunterricht ist Das Deprimierende ist, dass ich glaube weltweit ungefähr 80% der ehemaligen Flussauen massiv degradiert sind oder überhaupt verloren gegangen sind und wenn man jetzt mit Schülerinnen und Schülern zum Beispiel hinausgeht in eine Flussau oder wenn man ihnen einfach Bilder zeigt dann sehen die wenigsten die anthropogenen Eingriffe also die Eingriffe des Menschen dort sondern dieses parkähnliche ist irgendwie das gewohnte Bild das schaut für uns ästhetisch aus und eine Flussau wo es Überschwemmungen gibt wo Totholz liegt und so weiter der so dreckig unaufgeräumt ist was aber der natürliche Zustand ist die wird eben als schmutzig empfunden und es braucht hier sehr sehr viel Arbeit in solchen Flussauen damit die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch verstehen das ist natürlich das gehört so das ist eigentlich der richtige Zustand und der hat auch eine wahnsinnig wichtige Funktion und das was wir so als nette schöne Flusslandschaft anschauen das ist alles massiv reguliert auf auf dem rückweg dann tut dann tut das halt es muss dann irgendwann ein Punkt erreicht werden an dem man erkennt dass die negativen Auswirkungen so gravierend sind dass man gegen diesen Prozess was was unternimmt wir sehen das heute beim Klima bei Flusssystemen ist es ähnlich man schaut viele Jahrzehnte zu wie sich es entwickelt und kommt dann irgendwann einmal recht spät zum Schluss da müssen wir eingreifen damit es nicht noch schlimmer wird als es schon ist wenn Wasser und Erde erzählen Johannes Gelich hat die Radiokolleg Reihe über das Anthropozän gestaltet eine der größten globalen Ökokrisen die Ausdünnung der Ozonschicht über der Arktis wurde durch menschliche Emissionen von FCKWs verursacht Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoff der in Kühlschrank Kühlmitteln und Spraydosen verwendet wurde der weltweite Ausstieg aus FCKWs gilt bis heute als Erfolgsbeispiel für Umweltpolitik Mittlerweile setzt sich die menschgemachte Umweltbelastung mit dem ungebremsten Ausstoß von CO2 fort was irreversible Prozesse wie das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds oder den Kollaps des Golfstroms zur Folge haben wird wie Expertinnen und Experten warnen unter Unter dem Titel Wenn die Luft Feuer fängt beleuchtet Johannes Gelich jetzt wieder das Anthropozän und die gravierenden Auswirkungen menschlicher Aktivität auf die Umwelt Mark Ohles Leiter der Abteilung Klimafolgenforschung am Geosphere Institut Austria zeigt auf eine große Whiteboard Tafel auf die in schwarzen Großbuchstaben das Wort Anthropozän als Überschrift geschrieben wurde Wir sind hier in meinem Büro auf der Hohen Warte und sehen eine Tafel mit dem Titel Anthropozän und mehreren Grafiken Karten und Kurven die den Einfluss des Menschen und die Änderung von verschiedenen meteorologischen Größen einmal global und andererseits auch in Österreich zeigen Für den Klimafolgenforscher Mark Ohles ist das Menschenzeitalter des Anthropozäns längst eine unleugbare Realität geworden Der Klimatologe sieht in dem massiven Anstieg an Hitzetagen in Europa ein eindeutiges Indiz für die steigenden Temperaturen in der Atmosphäre auch und gerade in Österreich Die Grafik zeigt anhand von Balkendiagrammen die Änderungen der Hitzetage in Vergangenheit und in der möglichen Zukunft in den verschiedenen Landeshauptstädten Österreichs Wir sehen wie sich seit den 1960er Jahren die Anzahl der Hitzetage von zwei bis verdreifacht haben im Vergleich zu heute und je nach weiteren anthropogenen Treibhausgas Emissionen in der Zukunft entweder beim Erreichen der Pariser Klimaziele auf einem derzeitigen Niveau ungefähr stabilisieren würden oder bei einem weiter wie bisher das würde dann drei Grad Erwärmung global am Ende des Jahrhunderts bedeuten beziehungsweise fast fünf Grad hier in Österreich weil diese Erwärmung auch weiter stärker zunimmt hier dass jetzt einzelne extreme Hitzetage das sind zum Beispiel in Wien Jahre mit 40 Hitzetagen derzeit das sind so die Spitzenjahre dann zum neuen normalen Anführungsstrichen werden das bedeutet dass wir bei einem weiter wie bisher am Ende des Jahrhunderts 60 bis 80 Hitzetage pro Jahr also zwei bis drei Monate mit Tagen über 30 Grad haben werden was eine massive Hitzebelastung und auch Zunahme der Übersterblichkeit der hitzebedingten Todesfälle bedeuten würde Der globale Temperaturanstieg in der Luft kann heute anhand von wissenschaftlichen Daten eindeutig nachgewiesen werden Doch ist dieser Temperaturanstieg tatsächlich eine vom Menschen verursachte unnatürliche Klimaveränderung? Gerade Leugner des Klimawandels bezweifeln immer wieder die wissenschaftsbasierte Behauptung die sich abzeichnende Klimakatastrophe sei menschengemacht Doch an welchen Parametern ist festzumachen dass der Klimawandel anthropogen ist Gottfried Kirchengast Geophysiker Meteorologe und Leiter des Alfred-Wegener Instituts für Geophysik an der Universität Graz Ich habe selber mit den Satellitendaten Ozeandaten in der Luft gearbeitet und sehe diese Kette kann das sehr gut als Naturwissenschaftler nachvollziehen von den Emissionen zur Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre wie der Strahlungsantrieb verstärkt wird wie das die globale Erwärmung bewirkt und wie dann die Folgeeffekte bis hin zu Wetter- und Klimaextremen eintreten wir haben ja so eine Kausalkette wo wir eben sehen diese starken Änderungen der letzten Jahrzehnte sind einfach viel zu stark im Vergleich zu den natürlichen Schwankungen dieser Variablen anthropogene Einflüsse auf die Natur sind bereits seit den 1980er Jahren Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Debatten traurige Berühmtheit hatte zu jener Zeit der sogenannte saure Regen erlangt der durch den erhöhten Schwefelgehalt in der Atmosphäre entstanden war erst durch die Nachrüstung zur Rauchgasentschwefelung von Kraftwerken in den USA und in Europa konnte das durch den sauren Regen entstandene Waldsterben eingedämmt werden Als Mutter aller noch nachfolgenden klimatischen Krisenerscheinungen gilt jedoch das sogenannte Ozonloch Bereits 1974 hatten die Physikochemiker Mario Molina und Frank Sherwood Rowland davor gewarnt dass die Anreicherung der schwer abbaubaren Fluor-Chlor-Kohlen- Wasserstoffe in der Atmosphäre zu einer wesentlichen Abnahme der Ozon-Konzentration führen würden Die beiden Forscher erhielten 1995 zusammen mit dem Atmosphären-Chemiker Paul Kruzen den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Mechanismen die zum Abbau der Ozonschicht führten Der niederländische Wissenschaftler Kruzen konnte jedoch auch nachweisen dass die Menschheit nur aus Zufall einer Katastrophe entkommen war Hans-Joachim Schellenhuber deutscher Klimaforscher und Experte für Klimafolgenforschung und Erdsystemanalyse erklärt was passiert wäre wenn die chemische Industrie Brom statt Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe verwendet hätte Wenn es ihm so gekommen wäre wie Kruzen als Szenario ausbreitet dass die chemische Industrie einfach Brom gewählt hätte statt Fluor aus welchen Gründen Kostengründen technischen Gründen wie auch immer dann hätte sich dieses Ozonloch über fast die ganze Erde ausgebreitet und es wäre so intensiv geworden dass wahrscheinlich viele Millionen Menschen dann an Hartkrebs gestorben wären weil eben der Schutz gegen UVB eben nicht mehr funktioniert hätte das heißt im Grunde genommen ist die Menschheit auf einem sehr gefährlichen Pfad gewandelt und es hätte leicht zu einer globalen Katastrophe kommen können Durch ein schrittweises Verbot der Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe weltweit gelang es die Ausdehnung des Ozonlochs in der Atmosphäre einzudämmen Die erfolgreiche Bekämpfung des Ozonloches gilt heute vielen Experten als Beispiel dass eine Reversion der menschengemachten Umweltzerstörung durchaus auch in der praktischen Umsetzung möglich ist Der Buchautor und Vorsitzende der Naturfreunde Deutschlands Michael Müller warnt jedoch vor einer derartigen Euphorie mit dem Argument dass die sogenannte Reparatur des Ozonlochs angesichts der heutigen Herausforderungen vergleichsweise einfach war Ich weiß nicht wie viele Firmen damals weltweit an der Produktion der FCKWs beteiligt waren Ich weiß nur dass in Deutschland waren es nur zwei Firmen und zwei Firmen zu einer Umstellung zu zwingen und ein Verbot durchzusetzen ist was anderes als beispielsweise sagen wir mal bei Kohlendioxid oder auch Methan das ist eine ganz andere Menge an Emittenten eine ganz andere Macht auch die auf der Gegenseite steht insofern es ist richtig das FCKW Verbot und die Maßnahmen gegen den Ozonabbau das ist ein erfolgreiches Beispiel für internationale Zusammenarbeit wobei soviel ich richtig weiß waren es vielleicht auch nur 20 Länder die eigentlich da mitziehen mussten das war ein erfolgreiches Beispiel aber es ist in der Dimension trotzdem nicht vergleichbar mit dem was bei der Erderwärmung ansteht Doch worin bestehen die heutigen Herausforderungen bei der Bekämpfung des Klimawandels? Die primäre und dringlichste Aufgabe ist es die weltweit immer noch steigenden CO2-Emissionen einzudämmen wie Michael Müller erklärt Die Lage ist viel dramatischer als sie dargestellt wird Wir haben ja regelmäßige Messungen mit der sogenannten Keeling-Kurve und danach haben wir einen Wert von Kohlenstoff schon erreicht der bei 422 Teile auf eine Million Luftteile liegen und man muss sehen der Ausgangspunkt ist 280 das ist der Wert in der vorindustriellen Zeit von Kohlenstoff in der unteren Atmosphäre und der ist seitdem gestiegen und vor allem gestiegen in den letzten Jahrzehnten auf jetzt 421 und steigt derzeit mit 2,23 Punkten pro Jahr weiter an und man muss sehen dass 420 PPM also Teile auf eine Million Duftteile bedeuten es ist eine Erwärmung von 1,5 Grad da wir sind schon bei 1,5 Grad es hat sich enorm beschleunigt in der letzten Zeit Musik auch Hans-Joachim Schellenhuber Leiter des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse in Laxenburg hält das bei der Pariser Klimakonferenz 2015 anvisierte Ziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad für nicht realistisch Der deutsche Klimaforscher brachte das Konzept der sogenannten Kipp-Elemente in die Klimaforschung ein und befürchtet bei der derzeitigen ungebremsten Entwicklung unumkehrbare Folgen Die gefährdetsten Kipp-Elemente sind die tropischen Korallenriffe die wahrscheinlich oberhalb von 1,5 Grad schon absterben werden Dann kommt aber sofort schon der grönländische Eisschild und der Westantarktische Dann kommt der Amazonasregenwald Dann kommen die Permafrostböden Dann kommen die borealen Wälder Wir können einfach zeigen zwischen 1,5 und 2,5 Grad für eine ganze Reihe von solchen roten Linien überschritten werden Und jetzt haben wir unser Dilemma weil wir steuern genau auf diese Zone zu und wir werden über 2 Grad hinausschießen Das entschlossene Reagieren spielt bei der Vermeidung derartiger irreversibler Kipp-Elemente in den Augen des Klimaforschers Schellenhuber eine entscheidende Rolle Das entscheidende ist der Faktor Zeit Wenn das Überschießen wirklich nur auf einige Jahrzehnte oder ein Jahrhundert begrenzt werden könnte dann gibt es Hoffnung keine Gewissheit Hoffnung dass bestimmte Kipp-Prozesse nicht endgültig ausgelöst werden Ich vermute der westland-arktische Eisschild ist jetzt in Teilen schon verloren Bei Grönland ist die Jury noch am beraten sozusagen Das heißt es gibt eine gewisse Chance dass wenn wir die Erderwärmung im 22. Jahrhundert und wir müssen wirklich über solche Zeiträume reden wenn wir die wieder zurückführen könnten relativ schnell auf unter 2 Grad dann könnte es sein dass wir den grönländischen Eisschild retten Das bedeutet dass der Meeresspiegel eben nicht um 7 Meter allein durch diesen Beitrag ansteigen würde Die meisten Klimaexperten sind sich über die absehbaren Ausmaße des Temperaturanstiegs in der Atmosphäre nahezu einig Bei einer Beibehaltung des derzeitigen weltweiten CO2 Ausstoßes würde bis zum Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung von 3 Grad Celsius eintreten Aufgrund Aufgrund Binnenland Charakters und der Mangelnden Abkühlung durch Meereswinde lege der prognostizierte Temperaturanstieg in Österreich bei etwa 5 Grad Ein weiterer globaler Anstieg der Temperatur um nur 1 Grad würde so der Klimaforscher Schellenhuber nahezu das Ende der Zivilisation bedeuten Bei 4 Grad und das kann ich glaube ich mit guter Begründung sagen weil wir haben dazu eine ganze Serie von Studien für die Weltbank gemacht Bei 4 Grad würde die Zivilisation wie wir sie kennen enden Ende des Jahrhunderts würde ein Drittel des heute bewohnten Raumes der Erde unbewohnbar werden und zwar physiologisch in dem Sinn dass sie wegen der Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien nicht mehr so ein paar Stunden überleben könnten Das allein würde reichen unsere Zivilisation in größte Bedrängnis zu bringen als würde bedeuten dass zwei bis drei Milliarden Menschen in einen anderen Raum abwandern müssten Im Falle eines Temperaturanstiegs um 4 Grad würde durch die Schrumpfung des bewohnbaren Lebensraumes die weltweite klimagetriebene Migration unvorstellbare Ausmaße erreichen Wenn wir hier von Milliarden reden ich rede jetzt noch gar nicht über Ernteverluste und Überschwemmungen und was weiß ich nicht alles die durch solche Kippprozesse ausgelöst wurden allein die Schrumpfung des bewohnbaren Raumes auf der Erde um ein Drittel hätte natürlich zivilisations zerstörerische Effekte und da braucht man gar nicht mehr über 4 Grad reden wo dann sogar der ostantarktische Eisschild abschmetzen würde was langfristig bedeuten würde dass der Meeresspiegel um 60 70 80 Meter steigt und da können sich ja mal ausrechnen wie viel von den Küstenzonen übrig bleibt also 4 Grad sind mit Sicherheit zivilisationstötend 3 Grad sind zivilisationsgefährdend 2 Grad sind etwas was wir wahrscheinlich versuchen müssen zu verkraften Auch der Buchautor Michael Müller ehemaliges Mitglied der Enquete Kommission des Deutschen Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre prognostiziert eine düstere Zukunft sollten die bei der Klimaschutzkonferenz in Paris beschlossenen Maßnahmen nicht schnellstens umgesetzt werden Wir sind im Augenblick rasant auf dem Weg selbst wenn ich die Pariser Beschlüsse nehmen würde und sie wären umgesetzt also die Beschlüsse die 2015 bei der COP also der Conference of Parties der Vereinten Nationen vorgelegen haben wenn ich die alle umsetzen würde was heute nicht der Fall ist würden wir zu den damaligen Berechnungen zu 2,8 Grad Erwärmung auf jeden Fall kommen wenn wir aber die Berechnungen nehmen die vor Paris galten dann wären sogar 3,2 Grad gewesen also ich will hier keine Dramatisierung herbeiführen die überzogen wäre oder die irgendwelchen Interessen dienten sondern einfach die wissenschaftlichen Daten führen dazu dass man eigentlich nur sagen kann es riecht nach Krieg es riecht nach Krieg und zwar deshalb weil die Auswirkungen der Erderwärmung sich sehr unterschiedlich verteilen und zwar zeitlich regional und sozial Bei derart pessimistischen Zukunftsprognosen besteht durchaus die Gefahr dass weite Teile der Gesellschaft und auch der Politik resignieren und den Kampf gegen den Klimawandel für verloren erklären könnten oder als Reaktion auf derartige Endzeitszenarien die menschengemachte Klimakrise als solche überhaupt negieren würden Wiewohl die globalen CO2 Emissionen auch im vergangenen Jahr um 1,1% gegenüber 2022 gestiegen sind kann für Österreich eine positive Bilanz verzeichnet werden Demnach konnte Österreich seine Emissionen im letzten Jahr um rund 7% senken wie der Klimatologe Gottfried Kirchengast vom Wegener Center der Universität Graz bestätigt Eine weitere Reduktion der Treibhausgase bedeutet in Österreich auch keinesfalls einen Verzicht an Lebensqualität sondern könne über die Vermeidung sogenannter Verschwendungsemissionen erreicht werden Unter Verschwendungsemissionen versteht man etwa die Verschwendung von Nahrungsmitteln deren Produktion und Vernichtung global bis zu 10% der Menschen gemachten Treibhausgasemissionen ausmachen Auch das Festhalten an Tempo 130 auf Autobahnen kann zu den sogenannten Verschwendungsemissionen gerechnet werden Es ist tatsächlich so, dass eben in Österreich wenn man auf die gesamten Emissionen schaut dass diese wissenschaftlich definiert Verschwendungsemissionen solche Emissionen wo weder die gute Lebensqualität noch sonst Dienste des Alltags beeinträchtigt sind die machen ja über die Hälfte der österreichischen Emissionen noch aus Also wir haben ein sehr sehr großes Potenzial weiter in bester Lebensqualität ohne Verzicht im engeren Sinn zu leben wenn wir nur uns angewöhnen bei Produkten und Dienstleistungen weniger verschwenderisch zu sein Es gibt hier den wissenschaftlichen Zugang dass ich zwischen Grundbedürfnisse Emissionen Alltagsemissionen für die gute Lebensqualität und Verschwendungsemissionen unterscheide Und das ist glaube ich ganz wichtig bei dieser politischen Debatte wo wir sagen wir müssen verzichten dass man wirklich den Bereich der Verschwendung eher als Vermeidung von Verschwendung sieht und das aus dieser hitzigen Diskussion rauszunehmen und dass diese ganze Verzichtsdebatte sich zwischen Grundbedürfnissen und der Alltagsqualität abspielt und die ist aber nicht berührt es ist wichtig zu wissen dass man hier eben die Hälfte der ganzen Emissionen ohnehin noch in der Verschwendungsvermeidung gewinnen kann Bei der Debatte über den möglichen Beitrag jedes einzelnen Menschen ist unter Experten in letzter Zeit neben dem ökologischen Fußabdruck auch der Begriff des ökologischen Handabdrucks ins Spiel gebracht worden Dabei handelt es sich vor allem um Meinungsbildung im engeren Berufs- und Bekanntenkreis wie der Meteorologe und Experte für Klimafolgenforschung Mark Ohlefs erläutert Da gibt es eben neben dem vorhin erwähnten Fußabdruck auch den Handabdruck den jeder ausüben kann das heißt sein eigenes Umfeld von der Dringlichkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen Beim Handabdruck geht es eben darum dass ich außerhalb der Reduktion von meinen eigenen Emissionen die ich selbst verursache mitunter einen deutlich stärkeren Einfluss haben kann wenn ich verschiedene Dinge in Richtung Kommunikation tue einerseits mit meinem Umfeld über das Problem zu reden warum ist es wichtig jetzt drastische Maßnahmen zu setzen aber dann vor allem auch im eigenen Berufsfeld also im Verband und so weiter sich im Prinzip bei den politischen Vertretungen dafür einzusetzen welche Maßnahmen wichtig sind damit eben diese Reduktionen möglich werden und eben auch in seinem beruflichen Umfeld Verbände und so weiter entsprechend von der Politik diese Maßnahmen fördern denn wenn all diese Parteien sozusagen all diese Sektoren ihren jeweiligen Druck ausüben dann wird sich die politische Vertretung immer schwerer tun dem auch zu widersagen bei all den politischen Maßnahmen die in Zukunft zur Reduktion der Treibhausgas Emissionen getroffen werden müssen wäre jedoch ein genauerer Blick auf die großen sozialen Unterschiede der Emittenten von Nöten so verweist der Geophysiker und Meteorologe Gottfried Kirchengast zu Recht auf die enormen Unterschiede zwischen den Emissionen einkommensschwacher und einkommensstarker Emittenten diese Schieflage bei der Klimapolitik zu berücksichtigen gehört nicht nur in Österreich sondern weltweit zu den größten Herausforderungen der menschengemachten Klimakrise Die Diskussion um das Menschenzeitalter des Anthropozäns könnte bei der Findung politischer Lösungen vielleicht hilfreich sein Wenn Sie zum Beispiel in Österreich oder anderen Industrieländern die Emissionen pro Million Einwohner auch nach Einkommen und Vermögen anschauen da sehen Sie auch in Österreich das oberste Einkommenszentel hat siebenmal so viele Emissionen pro Million Einwohner wie das unterste Einkommenszentel also so hat sich das Problem oder die Lösung auch wirklich in eine Debatte in einen Ausgleich innerhalb der Länder verwandelt wo es wirklich auch um Ressourcen und wirtschaftliche Gerechtigkeit in diesem Sinn geht wir sollen auch Klima und Umwelt Gerechtigkeit hinter der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit haben aber wie ist diese Klima und Umwelt Gerechtigkeit hinter der sozialen und wirtschaftlichen erreichbar erreichbar indem man schon auch die Lebens Grundlagen fairer jetzt nutzt wo das knapper und sinnvoll ist und wenn sie auf dieses Thema auf diese Debatte von der Seite der sozialen Gerechtigkeit schauen ist das schon ein Wahnsinn und Anführungszeichen wenn man sagt einzelne Bevölkerungsgruppen sehr sehr kleine in dem Fall die reichen Menschen haben so hohe Ressourcen und Energieverbrauche dass wir alle dann auch unter diesen Folgen leiden Johannes Gelich hat die Radiokolleg-Reihe über das Anthropozän das Zeitalter des Menschen gestaltet gesprochen hat Alexander Rossi alle vier Teile können Sie online auf der ORF-Audioplattform Sound unter sound.orf.at anhören Der Beginn gehört jetzt wieder dem Zeitalter des Menschen dass unser Handeln Auswirkungen auf das Erdklima und das Ökosystem hat steht außer Frage der Begriff der diese Ära beschreiben soll das Anthropozän ist allerdings umstritten andere Namen wie das Kapitoluzän das den Kapitalismus als Hauptursache der Klimakrise hervorhebt wurden bereits vorgeschlagen Zudem besteht weiterhin eine intensive wissenschaftliche Debatte darüber ab wann genau die menschlichen Einflüsse als so signifikant angesehen werden können dass sie eine neue geologische Epoche rechtfertigen johannes 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 geheimten umgestaltung umgestaltung der Erde durch den Menschen darstellen doch warum soll gerade die Spezies Mensch die so viel Unheil über die Welt gebracht hat die Reparatur der von ihm zerstörten Natur bewerkstelligen können viele Kritiker des Anthropozäns spielen dabei darauf an dass sich viele technische Errungenschaften wie etwa der künstliche Mensch Frankensteins am Ende als Bumerang herausgestellt haben Mary Shelley schreibt diesen Roman zu Frankenstein 1815 16 und sie ist zu dem Zeitpunkt bei Lord Byron in der Schweiz und schreibt dann diesen Frankenstein Roman das Monster das da geschaffen wird ist ein Mensch der schlecht aussieht der ästhetisch nicht ansprechend ist und so weiter und der deshalb sozial vernachlässigt wird von den anderen der nicht in der Lage ist zu interagieren mit seiner Umwelt und weil diese menschliche Wärme Empathie von anderen Seiten ihm fehlt wird er immer wütender und zu dem was wir kennen als Frankenstein und das schlägt dann zurück auf den Menschen Bernd Scherer ist Autor des Buches Der Angriff der Zeichen Denkbilder und Handlungsmuster des Anthropozäns Der entscheidende Aspekt im Anthropozänen Kontext ist dass die Gegenstände die man da erzeugt hat so groß sind zum Beispiel in dem Fall sozusagen die gesamte Atmosphäre dass sie destabilisierend wirken auf das gesamte System und nicht nur lokal oder regional zu einzelnen Problemen führen sondern das ganze System erschüttern und die Zeichensysteme ich erinnere an die Algorithmen der Finanzwelt so komplex sind dass wir gar nicht mehr sozusagen von außen verstehen was für Prozesse da stattfinden und wir benutzen diese Instrumente um die Welt zu kontrollieren kennen aber nicht die spezifischen Logiken die innerhalb dieser Systeme stattfinden in ihren Auswirkungen der Kulturphilosoph Bernd Scherer beschreibt dass heute sogar die Schöpfer der künstlichen Intelligenz die Sorge haben ihre eigenen Erfindungen nicht mehr kontrollieren zu können Das ist ganz interessant weil diese gesamten Entwicklungen der digitalen Welt kommen ja von Kalifornien und dort sitzen ja die Akteure die sozusagen den meisten Zugriff haben und selbst die bekommen immer mehr Angst also man hat ja jetzt diese Diskussion um KI verfolgen können dass da Systeme gebaut werden die sich von uns lösen und wo wir keinen Zugriff mehr haben und die dann genau im Bild der Frankenstein Metapher dann auf uns zurückschlagen weil sie außer Kontrolle sind Die Frage inwieweit der Mensch in der Lage ist seine eigenen technischen Erfindungen zu kontrollieren ist ein immer wiederkehrendes Motiv in der Literatur und Kunstgeschichte Im griechischen Mythos des Icarus schmelzen die wechselnden Flügel des Icarus weil er trotz der Warnungen seines Vaters Daedalus zu nahe an die Sonne heranfliegt In Charlie Chaplins Stummfilm Modern Times gerät der Protagonist unfreiwillig in das Räderwerk einer monströsen Fabriksmaschinerie die am Ende völlig außer Kontrolle gerät Auch in dem 2023 erschienenen Film Oppenheimer wird die Rolle des Wissenschaftlers thematisiert der mit den negativen Folgen seiner technischen Erfindungen konfrontiert ist In diesem Fall handelt es sich um die Konsequenzen der Atombombombentests in den USA die ursprünglich während des Zweiten Weltkriegs begonnen wurden um das nationalsozialistische Hitler-Deutschland zu bekämpfen Die Folge waren jedoch die Atombomben Abwürfe über Hiroshima und Nagasaki und ein Rüstungswettlauf der beinahe einen globalen Atomkrieg ausgelöst hätte Auch das sogenannte Geoengineering gehört zu jenen technischen Visionen die sich für die Menschheit leicht als Bumerang herausstellen könnten Es gibt sogenannte Geoengineering Maßnahmen das sind also technische Eingriffs Maßnahmen durch den Menschen um die Klimaerwärmung zu verlangsamen oder gar zu stoppen Eine dieser Möglichkeiten sieht vor dass wir im Prinzip mit Flugzeugen Sulfat-Aerosole in die Stratosphäre also in die Atmosphärenschicht oberhalb des Wetters injizieren und somit Vulkanausbrüche künstlich nachbilden Der Effekt ist der dass Sonnenstrahlung vermehrt dann ins Weltall reflektiert wird und die nach wie vor wärmende Wirkung des CO2 weil das ist ja dann nach wie vor da durch diese kühlende Wirkung überkompensiert wird und ich dann einen netto stabilisierenden oder kühlenden Effekt habe Marc Olews Leiter der Abteilung Klimafolgenforschung am Geosphere Institut Austria hat sich mit dem Konzept des Geoengineerings beschäftigt Er verweist auf die globalen Gefahren die durch derart massive Eingriffe in die Atmosphäre entstehen könnten Das wäre sehr leicht durchführbar und wäre auch kostenmäßig überschaubar Es birgt aber die sehr große Gefahr und deswegen wird es auch hoffentlich nie umgesetzt dass er nicht nur die Temperatur beeinflusst sondern auch die Niederschläge mitunter zum Beispiel die Monsunwinde auch beeinflusst und wir wissen wir können sozusagen das nicht so kontrollieren dass wir auch die Niederschläge praktisch gleich lassen wie heute oder sich nicht negativ beeinflussen lassen bedeutet es könnte passieren durch so einen Eingriff dass dann gewisse Gegenden die durchaus stark bevölkert sein können massive Trockenheitsprobleme kriegen weil sich die Niederschlagsmuster ändern wer entschädigt sozusagen diese Menschen dann die Probleme mit der Ernährungssicherheit kriegen wer ist dafür verantwortlich und so weiter also das hat riesige geopolitische Risiken weshalb diese Methode eigentlich sehr sehr fragwürdig ist auch auch wenn die praktische Realisierung des Geoengineerings zurzeit nicht zur Debatte steht beschleunigt die Dringlichkeit technische Lösungen gegen die Klimakrise zu finden auch den technologischen Fortschritt bis dato erinnern aktuelle wissenschaftliche Ansätze jedoch noch an Zukunftsszenarien in Science Fiction Romanen so gibt es etwa Überlegungen Spiegel im All zu positionieren um die Sonneneinstrahlung zu reflektieren oder im großtechnischen Stil Kohlendioxide aus der Atmosphäre zu saugen und in der Erde zu verpressen auch das Feld der synthetischen Biologie die durchaus schon in der Praxis eingesetzt wird hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren die synthetische Biologie erzeugt biologische Systeme Bakterien Pflanzen oder Tiere die so in der Natur nicht vorkommen der Biologe wird so zum Designer von einzelnen Molekülen Zellen und Organismen mit dem Ziel biologische Systeme mit neuen Eigenschaften überhaupt erst zu erschaffen Die Expertin für Nachhaltigkeit Klimapolitik und synthetische Biologie Tara Schirwani hat das Buch Plastikfresser und Turbobäume geschrieben Sie erklärt anhand des Beispiels der sogenannten Hybrid Pappeln wie es der synthetischen Biologie gelungen ist sogenannte Turbobäume zu bauen Es dauert ja sehr lange bis es eine Pappel zum Beispiel wachsen würde Es dauert zum Beispiel von einem Setzling zu einem ganz ausgewachsenen Baum um die 20 Jahre Aber 20 Jahre haben wir nicht Und auf der anderen Seite ist die Tatsache wir brauchen eine enorm große Fläche um das zu bewalten um eigentlich einen relativ kleinen Prozentsatz der CO2 Emissionen zu reduzieren Und die Frage ist gibt es einen Weg diesen ganzen Prozess zu beschleunigen Also gibt es einen Weg dass ich weniger Bäume pflanzen muss die höhere Mengen an CO2 Emissionen aus der Atmosphäre saugen Und da gibt es wirklich diese Firmen und Unternehmen und auch sehr viel Forschung in dem Bereich schon auch in Nordamerika die sagen okay wir können diese Hybrid Pappeln bauen die haben viel effizientere Gene die dazu beisteuern dass der Photosyntheseprozess viel effizienter ist Die sogenannten Hybrid Pappeln wurden genetisch so verändert dass künstlich hergestellte Gene von Kürbissen und Grünalgen in das Erbgut der Bäume eingeschleust wurden das Ziel ist den Photosynthesestoffwechsel so zu verändern dass die Pflanze aus dem Kohlendioxid der Luft und Sonnenlicht mehr Biomasse in Form von Blättern und Holz produziert als üblich Nach einer Versuchsphase während der bereits tausende Pappeln in freier Natur angepflanzt wurden plant ein US-amerikanisches Unternehmen im Jahr 2024 Millionen dieser Pappeln anzubauen Mein Lieblingsexemplar ist, glaube ich der Antennenbaum das sind Bäume die zwar wie Bäume aussehen in Wirklichkeit aber Antennenmasten für den Handyempfang sind diese Antennenmasten Bäume sehe ich oft Nikolas Nova beschäftigt sich als Wissenschaftler und Autor mit Fragen zur Anthropologie der Technik zeitgenössischen Kultur und Zukunftsforschung die zunehmende Künstlichkeit der Natur beziehungsweise Erschaffung von technologisch natürlichen Hybridwesen hat den Buchautor zu seinem Bestiarium des Anthropozäns inspiriert Bäume die eigentlich Funkantennen sind die als Bäume getarnt sind gehören zu jenen technologisch biologischen Zwitterwesen die Nikolas Nova interessieren wenn es dunkel ist sieht man ein leuchtendes rotes Licht an der Spitze und erkennt dass es sich nicht um einen Baum handelt sondern um eine technologische Struktur und diese Bäume sind auch das Ergebnis davon dass Menschen versuchen irgendwie Gott zu spielen oder mit der Logik der biologischen Evolution arbeiten um Dinge zu erschaffen die ihren Bedürfnissen entsprechen aber wissen wir wirklich ob diese Dinge auch den Bedürfnissen des Planeten entsprechen da bin ich mir nicht sicher wie der Untertitel des Bestiariums des Anthropozäns vermuten lässt sind Nikolas Nova und seine Co-Autoren an der Beschreibung neuartiger Hybridwesen interessiert die zwischen Technik und Natur angesiedelt sind über hybride Mineralien Tiere Pflanzen und Pilze lautet denn auch der Untertitel des Buches das unter anderem würfelförmige Wassermelonen Tierprothesen durch plastik strangulierte Schildkröten oder Drohnen jagende Adler auflistet der Sammelband wurde nach dem Vorbild der mittelalterlichen Bestiarien gestaltet die im Mittelalter von Mönchen erstellt wurden in die mittelalterlichen Sammlungen wurden sowohl reale als auch fiktive Tiere wie Einhörner oder Drachen aufgenommen und klassifiziert Ziel war die Schaffung eines Kombendiums Wissen über die Natur und die natürliche Umwelt zu sammeln Der Autor und Anthropologe Nikolaus Nova benutzte die mittelalterliche Form des Bestiariums als Metapher um die Mutationen der Natur durch technische Eingriffe des Menschen beschreiben zu können In der hybriden Welt zwischen anthropogener Technik und Biologie sind auch die sogenannten plastikfressenden Raupen angesiedelt Die plastikfressende Raupe war für uns interessant weil Plastik offensichtlich eine Plage ist ein Problem in unserer Umwelt es ist überall und in letzter Zeit wurde viel darüber geforscht wie man Plastik beseitigen oder loswerden kann In diesem Kontext gibt es einige Untersuchungen über bestimmte Arten von Raupen die in der Lage sind Plastik zu fressen und zu verdauen und es in etwas umzuwandeln das nicht allzu schädlich für die Umwelt ist Deshalb dachten wir diese Art von neuen Lebewesen die die Probleme des Anthropozäns zu lösen helfen zu thematisieren Aber es ist natürlich seltsam denn Plastik ist ein synthetisches Material also ist es seltsam in einer Welt zu leben wo wir nachdenken müssen dass Tiere wie Raupen diese Art von Material fressen könnten Solange derartige naturwissenschaftliche Experimente nicht in freier Natur sondern in einem geschlossenen System stattfinden erscheinen sie für den Laien gut kontrollierbar Doch was passiert wenn derartige Mutationen im Meer ausgesetzt werden wofür sie eigentlich erschaffen wurden Das ist die Art von Ambivalenz die auch uns interessierte Wir haben diese neue Art von Lebewesen die plastikfressende Raupe die auf den ersten Blick interessant erscheint aber sind wir sicher dass am Ende etwas Gutes dabei herauskommt sind wir sicher dass es keine schrecklichen Folgen haben wird wenn diese Lebewesen einfach in der Natur ausgesetzt werden In den Medien die über derartige Wissensgebiete berichten gibt es die Vorstellung dass es Lösungen wie diese geben könnte aber wir sind uns nicht sicher wie die Konsequenzen aussehen werden und deshalb dachten wir es sei wichtig ein Bestiarium des Anthropozäns zu erschaffen Ungeachtet der schwer einzuschätzenden unintended side effects der nicht intendierten Nebenfolgen mancher Experimente scheint die synthetische Biotechnologie trotzdem eine Schlüsseltechnologie der Zukunft zu sein So kann mit Hilfe gentechnisch veränderter Pilze Leder hergestellt werden das bereits Firmen wie Ganni oder Adidas testen Neben der Herstellung von Leder aus Pilzen findet die synthetische Biologie auch Anwendung bei der Herstellung von Flugzeugtreibstoffen aus Algen Textilfasern aus Spinnenseide oder Bakterien die CO2 fressen können Doch auch in der Nahrungsmittelindustrie wird mittels synthetischer Biologie bereits künstliche Nahrung hergestellt Die synthetische Herstellung von Fleisch wird von manchen Experten als Möglichkeit gesehen den von Kühen erzeugten massiven Treibhausgas Ausstoß in Form von Methan zu reduzieren Die Buchautorin Tara Schirwani beschreibt die Herstellung von Fleisch durch synthetische Biologie Biologie anhand eines Beispiels Das bekannteste Beispiel ist natürlich der Impossible Burger Das ist dieser alternative Rindfleisch Burger den es jetzt auch schon im Markt gibt Dort sind natürlich einige der Nährstoffe schon komplett synthetisch hergestellt und auch die Farbe des Blutes von diesem Burger ist synthetisch hergestellt und da also der Geschmack ist eigentlich fast schon ident was wirklich beeindruckend ist Mittlerweile können sowohl Meereskrustentiere Fleisch oder Milch durch synthetische Biologie im Labor künstlich hergestellt werden Viele Experten und Expertinnen erhoffen sich davon dass in naher Zukunft die natürliche Viehzucht weltweit erheblich reduziert werden könnte Die dadurch freigewordenen Weideflächen könnten so aufgeforstet werden und aktiv zum Klimaschutz beitragen Auch wenn derartige Lösungen die Menschheit durch Fleisch aus dem Labor zu ernähren in Zukunft vielleicht relevant werden könnten sind im Zeitalter des Anthropozäns jedoch sofortige politische Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels gefordert Klimakonferenzen der UN die laufen immer nach demselben Mechanismus ab Am Beginn wird gesagt wie wichtig die Konferenz ist was da notwendig ist Während der Konferenz wird dann gesagt nein wir schaffen nichts es passiert nichts und am Ende wird gesagt ja aber jetzt haben wir ein paar Perspektiven für die nächste Konferenz und das erlebe ich jetzt schon seit 28 Konferenzen und ich muss sagen es kotzt mich an auf Deutsch gesagt Michael Müller Buchautor und ehemaliges Mitglied der Enquetekommission zum Schutz der Erdatmosphäre Der Widerspruch zwischen Wissen und Handeln wird immer größer und deshalb finde ich hatte das Anthropozän eine Chance wenn das Anthropozän politisch aufgegriffen würde also gesagt hat wir müssen uns orientieren an einer Politik die sozusagen den Menschen wieder ins Zentrum stellt in seiner Verantwortung in seinen Handlungsfähigkeiten dann ist das eine andere Geschichte als die die wir heute haben im Augenblick diskutieren wir bei der Klimakrise nur über Anpassung viele Länder der Erde können sich gar nicht anpassen das geht gar nicht aus finanziellen Gründen aus geografischen Gründen aus technischen Gründen also beispielsweise Bangladesch liegt auf derselben Höhe wie die Niederlande die Niederlande kann sich begrenzt schützen durch technische Möglichkeiten und finanzielle Möglichkeiten Bangladesch ich weiß nicht wer das machen sollte die derzeitigen klimapolitischen Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus das angestrebte Ziel der Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad zu erreichen deswegen hoffen manche Experten der Epochenbegriff des Anthropozäns könne die Brisanz des Klimawandels verstärkt in den medialen Fokus der Aufmerksamkeit rücken gerade die Zukunftsgewandtheit und Berücksichtigung künftiger Generationen die dem Erdzeitalter des Menschen eingeschrieben ist wird in diesem Zusammenhang positiv gesehen die Erinnerung an die anthropogenen Einflüsse des Menschen auf Natur und Umwelt beinhaltet in der Tat auch einen Zukunftsappell an die Menschheit umzudenken und einen anderen Umgang mit der Natur anzustreben In Anlehnung an diesen Zukunftsaspekt wird von Politikwissenschaftlern wie Jörg Tremmel die Einführung eines Zukunftsrates als vierte Gewalt gefordert Bisher funktioniert unsere Demokratie ganz gut mit den drei Gewalten Legislative Exekutive und Judikative Was ich hinzufügen möchte ist eine vierte Gewalt eine Konsultative und diese Konsultative soll uns eben helfen diese existenziellen Risiken im Anthropozän zu bewältigen Und hier würde ich eben gerne ergänzen dass auch der Zukunftsrat Gesetzesvorlagen einbringen darf Ich möchte ja diesem Gremium kein Vetorecht geben sondern ein Vorschlagsrecht sozusagen eine konstruktive Rolle wo dann eben auch die Medien einsteigen könnten und sagen können hey das hat dieser Zukunftsrat vorgeschlagen für mehr Langfristigkeit und das letzte Wort müssen aber die gewählten Parlamentarier behalten Auch in Österreich gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern und Kuratorinnen wie Alexa Ferber Martos oder Herbert Justnick die die Installierung einer Zukunftsinstanz in Form eines Klimarechnungshofes vorschlagen wie die ebenso involvierte Wissenschaftshistorikerin Anna Echterhölter erläutert Da nehmen wir Bezug auf dieses Klimavolksbegehren das österreichische also die Idee dass man viel mehr Klimagesetzgebung zunächst einmal bräuchte dass man einen Reduktionspfad für CO2 definieren muss all solche Dinge diese Institution die wir da aber vorwegnehmen oder die wir gründen wollen im Modus eines Pre-Enactments diese Institution ist eigentlich so gedacht also wie der Finanzrechnungshof das finanzielle Gewissen der Republik ist wäre der Klimarechnungshof tatsächlich eine Instanz die mit allem technischen ökonomischen naturwissenschaftlichen und geistes- und sozialwissenschaftlichen Wissen überprüft was die politischen Maßnahmen eigentlich für Konsequenzen haben wie sie zu Buche schlagen die menschlichen Eingriffe in Natur und Umwelt sind heute so einschneidend und zerstörerisch dass die Ausrufung des globalen Menschenzeitalters Anthropozän nur folgerichtig erscheint das Fortschreiten der Erderwärmung erfordert schnelle und langfristige technische und politische Maßnahmen die über den Zeithorizont der nächsten Legislaturperiode hinausreichen müssen ansonsten wird es dem Menschen wie dem sprichwörtlichen Frosch im Kochtopf ergehen wie Jörg Tremmel Professor an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen beschreibt wir haben aber eben schleichende Risiken die über die Dauer einer Legislaturperiode hinausgehen das ist etwa der demografische Wandel wo dann immer mehr Pensionisten immer weniger Beitragszahlern gegenüberstehen und das ist eher in einer Perspektive von 20 Jahren und deswegen wünsche ich mir dass neben diesem kurzfristigen Programm jede neue Regierung auch sozusagen ein 20-Jahr-Programm vorliegt für den Fall dass sie eine so lange Amtszeit hätte damit einfach dann nicht diese Probleme immer weiter in die Zukunft verschoben werden das ähnlich ist ja beim Klimawandel auch da gibt es jedes Jahr einen kleinen graduellen Anstieg und es ist schon oft das Bild bemüht worden von dem Frosch der also nicht merkt dass er gekocht wird bis es irgendwann zu heiß ist und das Wasserglas in dem er sitzt zu brodeln beginnt und er dann nicht mehr rausspringen kann insofern brauchen wir einfach diese Langfristperspektive im Regierungshandeln und das würde diesen Zukunftsrat auch noch mal ergänzen sollen Sie Sie hörten Sie hörten vierten und letzten Teil der von Johannes Gillig gestalteten Radiokollegreihe Anthropozän das Zeitalter des Menschen gesprochen hat Alexander Rossi Das ist ein das ist das ist das ist das